Ein mallokinischer Markt für Mallokina. Abseits aller Souvenirshops und Touristenstraßen liegt Sinejo im Landesinneren der grünen Baleareninsel. Der Ort zeigt sich von den übrigen Entwicklungen der Insel unbeeindruckt. Sein Markt ist das beste Beispiel dafür. Auf der Plaza España wird jeden Mittwoch gehandelt, ausgerichtet an den Bedürfnissen der einheimischen Landbevölkerung und ihren Budgets. Das Schicksal dieser Lämmer ist leider gewiss. Aber die Gegend um Sinejo ist eben weitgehend ihrer landwirtschaftlichen Tradition treu geblieben. Obwohl es in der Geschichte Mallorcas einmal als königliche Residenz diente. Irgendwoher müssen die Spezialitäten der mallorquinischen Küche ja kommen. Wer sich in Mallorca niederlassen will, ist hier richtig. Hier gibt es alles, was auf einer Finca herumlaufen sollte. Das Federvieh, das in die Pfanne wandert, geht nach Gewicht. Und dies natürlich unter Protest. Der Markt von Sinejo. Ein Bauernmarkt, der authentischer nicht sein kann. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020